Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs abknutschen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Knutscht ab. Knutschte ab. Hat abgeknutscht. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich knutsche ab. Du knutscht sie, Elchesty, ab. Er knutscht ab. Wir knutschen ab. Ihr knutscht ab. Sie knutschen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich knutschte ab. Du knutschtest ab. Er knutschte ab. Wir knutschten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgeknutscht. Du hast abgeknutscht. Er hat abgeknutscht. Wir haben abgeknutscht. Ihr habt abgeknutscht. Sie haben abgeknutscht. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich knutsche ab. Du knutscht chest ab. Er knutsche ab. Wir knutschen ab. Ihr knutscht chat ab. Sie knutschen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich knutschte ab. Du knutschtest ab. Er knutschte ab. Wir knutschten ab. Ihr knutschtet ab. Sie knutschten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Knutsche ab du. Knutschen ab wir. Knutscht ab ihr. Knutschen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abknutschen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.werbformen.de, www.werben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.